Bier, Zigarette, Pizza. Viele fragen sich ja, wie die Verwandlung vollstatten geht. Privatpersonen in die Rolle IQUT und das ist ein sehr komplexer Vorgang. Ich stehe jetzt hier vor dem Maskenmobil, da gehe ich jetzt mal rein und demonstriere euch die Umwandlung. Also ich zeige euch nochmal, so sehe ich jetzt aus vor der Behandlung und bis gleich. Hallo, einmal Maske bitte. So, so sehe ich aus. Und das alles 25 Minuten. Jetzt bin ich IQUT. IQUT Oral, der neue facility manager Siedlung. Ich habe hier das Sahn kapiert.